Ich habe jetzt schon das ein oder andere Playoff gestreiten dürfen und es ist immer etwas Spezielles. Man kommt immer zu diesem Gänsehautgefühl hin und kann es mit nichts anderem vergleichen. Wir haben eine sehr spezielle Mannschaft. Ich hoffe, dass wir von den Fans die beste Unterstützung bekommen. Wir gehen auf alles. Wir gehen auf alles.